Ich mach fast! Oh mein Gott! Hallihallo, hier ist wieder der Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Mario Kart zusammen mit der Gang und diesmal ist dabei der Captain Slow! Hallihallo, hier ist wieder der Captain Slow! Also das ist meine Patent anklagen und die Misch kriegt keinen grünen Panzer, schade. Die Misch ist auch dabei, hallo Misch! Hallo! Der F-Sauron fährt wieder mit, den haben eigentlich gar keiner vermisst. Ich bin endlich wieder dabei! Es haben eigentlich echt viele Leute geschrieben. War es ohne F-Sauron, wo ist der? Muss man leider zugeben. Nein. Ihr hört schon, Critics ist auch dabei, irgendwo ganz hinten. Sieht man den irgendwo vorne? Hab ich den schon gesehen heute? Ich glaub der hat abgewürgt uns ganz hinten, oder? Der krasseste Mario Kart-Spieler auf diesem Planeten. Und natürlich, das wäre Mario Kart ohne Twissi. Halt die Presse! Ich halte nur Twissi! Twissi ist auch da, hallo Twissi! Wie geht's dir? Berlin, seid ihr gut drauf? Ah, sehr schön. Bitte ich lass mal schmecken. Alter, du. Oh, war nice, gell? Oh, ich schieß erstmal die Kuh ab, einfach so, weil ich's kann. Ey, wer war das denn jetzt? F-Sauron? Was war das? War ein Anschlag? Hab ich gesehen. Hast du die, hast du die abgekommen? Ne, aber die war ganz haarscharf. Ey, weißt du, ich bin vorhin mal so eine Runde testweise, um zu gucken, ob die Switch noch geht. Er hat direkt gefahren. Er hat direkt gewonnen. Er hat direkt gewonnen. Direkt gewonnen. Und jetzt fahr ich einmal mit euch und direkt wird man wieder so abgefuckt, kriegt 1000 Sachen reingedrückt, hier erstmal einen blauen verdient für sie. Geil du! Ah, Captain Slow kriegt wieder mal den blauen ab für die Quote. Hey, warum? So, ich zieh mit heute eins. Du hast mich mit deiner scheiß grünen getroffen, die du... Geh weg da, Captain Slow. Ey, was soll das denn jetzt, Captain Slow? Nein, nicht, nicht, nein. Ach, Captain Slow, bist du ein Stinker. Nehm jetzt, okay, schieß nicht auf mich. Ja, kannst du vorbeifahren, Tommy, komm. Ja, ich krieg nicht mal ein Item. Wollt ihr den zweiten aber mal geben? Ich schau mir schon einfach nie weg. Ey. Ich dachte schon, jetzt kommt der nach hinten, ey. Ach. Das war eine langweilige Runde. Ehrenloser Mario Kart. Ich sag's andere Worte. Ich hab schon keinen Bock mehr. Wer ist denn eigentlich... Wer ist denn eigentlich... Wer ist denn RANDOM? Gut, dass ich's nicht aufnehme, aber. Jetzt muss ich nur drei Runden mich verbessern, ne? Ah, ich hab einfach zwei, ne? Was in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ah, klar. So, erstmal den Turbo-Start. Erstmal den normalen Start. Geh beiseite. Ganz gemütlich losfahren hier auf der Hyrule Strecke. Ich kenne ja, ich muss ja erstmal ein paar Hände schütteln als Link. Einer von euch Knochen trocken ist das Twissy. Ja. Da warte ich doch erstmal, bis er in der Luft ist. Das ist der größte Boot, Mann. Also... Warum fährt Critics jetzt eigentlich auch unmetallte Mario? Ist nicht immer gar nicht. Ähm. Ja, fahr mir doch nicht hinten rein. Ganz ehrlich. Ach, Critics. Wollt' doch mal angucken, wie glänzend du da bist mit Metall Mario. Ja, aber ganz schön glänzend, Alter. Ich hab dir die Sicht genommen. Wollt' mich da dann... Ach, Fabian, warum? Du Arsch, ey. Oh Mann, ich war doch eben der Zweitein. Ich hab's doch wieder. Ja, aber echt, ey. Eieieiei. Oh, ich bin so schlecht mal hinten. Ja. Endlich sind wir's ein. Jetzt sind wir jetzt auch immer wieder vorne. Ja, ich komm her. Komm her, komm her, du. Guck mal. Weg mit der Milch. Mach dich weg, mach ich dich, Fabian. Radier dich aus der Landkarte. Komm, jetzt muss ich irgendwie an allen vorbei... Oh, er ist ne schöne letzte Runde, wo F-Sauron ganz hinten ist. Der Versager. Oh, Kax. Ach, Fabian. Jetzt der Blitz, jetzt der Blitz. Komm, mach den Blitz. Fabian, drück. Drück. Alter, wie viel Bananen liegen denn hier? Holy moly. Ich hab da reingeguckt, ey. Hast du kein Paket bekommen, Tombi? Doch. Ich bin Bananenhändler, Tombi. Einer von blauen. Ach, Leute, ey. Nummer 2 übrigens. Käpt'n 2, ich zähle auch mit. Ja, 2. Alter, Critics, du bist so der größte Stinker, den ich gesehen hab in meinem Leben, ey. Richtig giftgrüne Giftwolke bei dir, ey. Und da ist der erste Platz, siehste? Alles wieder gut gemacht. Mann, immer bin ich dann dritter, ey. Schau gut. Ich hab ihn da überholt, ey. Jaaa. Ganz schön. Leute, ich seh euch gar nicht. Ja, du hast ja die Hübe reingedrückt, Critics, ey. Jaaa. Geh Urlaub machen, wir gehen ja deinen Scheiß ab, verdammt da, Alter. Easy. Ach, Mann ey. Jetzt muss ich aber mal hier ordentlich abgehen. Sonst wird das ja eh nichts. Ist jetzt aber richtig spannend. Ihr seid nur vier Punkte vorne. Ja. Oh, man kennt's, ne? Genau, nein. Ah, Fabian hat wieder eine Runde in der ersten Runde. Man kennt das. Ja, ich schreib's auch an. Nein. Ne. Boah, was ist denn das für eine unnötige Aktion schon wieder? Felix, dein Ernst? Was? Hä, das war nicht mal einer. Das war die von dem Yoshi. Mh, ist das schwer für dich hoppen. Das ist... Oh, Mann. Boah, Fabian. Da kann ich jetzt nichts für sie. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Natürlich kannst du was dafür, dass ich da runterfliege, Alter. Warum? Ich war gar nicht bei dir. Ich hab dich gar nicht berührt. Jetzt bin ich halt hier gekitzelt, ey. Nee. Nee, so nicht. Gerne. So, jetzt kommt die Outfall ab. Kannst eigentlich mal ein blauer kommen für den Fabian, oder? Nee, muss nicht. Ach, Mann, leck mich doch am Arsch, ey. Ein blauer kommt erst, wenn ich wieder vorne bin. Ja, ich hab ein Slow. Kannst du mal bitte Walte deines Amtes? Was ist so nötig, wieder nach hinten zu schießen, Klytex? Ach, Mann, wer hat denn da schon mit den ganzen roten? Ja, was macht man denn mit dem? Oh, nee. Alter, jetzt rechnen wir doch nicht. Go away. Komm, Mann, F-Sauer nicht ran, wie soll ich das denn machen? Alter, werde ich hier durchgenudelt, das ist ja nicht mehr normal. Ist gut an für mich. Ey, Misch. Dein Ernst. Wieso warst du überhaupt groß? Hau ihn weg, Misch, hau ihn weg, den Fabian. Schmeiß, wie du noch nie geschmissen hast. Oh, Mann. Alter. Ja, bist du jetzt reingefahren. Misch, schmeiß nicht, oh mein Gott. Hey, was kommt denn da alles auf mich? Nein, nein. Ihr Mischbrut. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hauptsache vor allen. Fabian, das hättest du noch gern, gell? Da hole ich den Fabian auf, aber ich glaube, Fabian ist noch vor mir mit einem Punkt. Boah, nee, ey, das war nicht gut. Scheiße. Ich bin schon wieder alles mischt. Ich wackele am Thron, Fabian. Ich wackele richtig doll, Fabian. Ja, ich fühl's auch schon, wie du wieder gewinnst am Ende. Ah, es wackelt, es wackelt. Ja, aber ihr mischt mich da weg. Richtig bummerang von der Misch. Das hat mich noch ne rote von mir abbekommen. Nehme ich halt den Babypark. Letzte Miststrecke, ey. Auf der Strecke hab ich aber noch nie den Sieg nach Hause geholt. Oder Excitebike. Ah, nie. Hör auf, Captain, ich hab dich grad gelobt. Ich hol noch nie den Sieg runter. Ich spiel keine Runde Excitebike, das weiß ich. Amt der Baller. Boah, wie schubst du mich denn da, Critics? Witzig, ich streik gleich mit dir zu. Hattest du lieber auf, dass du nicht in die scheiß Fledermäuse reinfährst. Das war close, Alter. Wär ich doch getroffen, oder? Wieso wird Critics nicht getroffen? Ah, leck mich doch einmal ab. Ja, Mensch, das war. Ich will ja nicht wieder hier viele Tiergeräusche raus zugegeben. Ja, Tom, bist du da witzig? Ich konnte nach vorne nicht treffen, das ging nicht. Captain's los, Captain's los. Ein Meilen weit vorne. Oh, das ist so genial. Nein, ich war runter, da war da. Oh, meine Gule, ey. Oh, war ich geil. Der hat sich nicht gelohnt in der Hand und Sonnenzufahren nicht. kommt schon der blaue ich kriege ich krieg eine münze als zweiter 3 dann und roter kann ich schon noch einer naja soll ja nicht gezählt oder das hätte ich dir nicht nur abgeschossen und noch einer ich erwarte tatsächlich das ist doch man nicht jemals so gewinnen tag auf pech verfolgt auch mann wie habt ihr denn da wie viele rote panzer sind das ist kritik hier der bachung das ist ein scheiß roten panzer abgekriegt ist auch so es waren zwei ja uiuiui du hast auch nur zwei abbekommen ich hab vier abbekommen und ne blaue ja 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 jetzt noch eine fünf wir sind eher loser pfarrer richtig eher los ich muss sie auch los wie viele rote kommen denn hier kritik bist du das eigentlich die ganze zeit der sechste rote panzer jetzt könnt kotzen mann einer musste kaum wer mal hoch bringen alter für die drecks map ich krieg aber auch echt viele oh mein gott fast in der luft ey nein das wäre mein das wäre der sieg gewinnt ja das wäre echt ich war fast wer wessen sekunde früher ich habe so viele rote ich habe die ganze zeit ich habe die ganze zeit blocken ich hatte die ganze zeit keinen schutz so das sieht gut aus für die erste runde haben wurden halt die items weggenommen muss ich dann machen fabian bitte was rechts danke für die ganzen glückwünsche lang gesehen hat im pokal verdient hätte das entweder kippen slow oder ich muss man nicht weil wir abgehoben ist man ja bitte sagen verdient hätte ich stehen ist ein bisschen auch gegönnt aber ich habe einen einzigen auf dich geschossen captain slow einen ja ja kritik hat die anderen auf dich geschossen wunderbaren salz am ende war es das wieder mit der ersten folge von mario kart schaut aber im kritik vorbei da gibt es noch eine andere folge da gewinne ich natürlich auch wieder den das ich halt einfach dass wir es ja dannin der folge vielleicht ein lad wie immer ich Premier ich habe wieder mal nur für die schwarze gewonnen danke sehr fürsorschauen bis zum nächsten mal hauen Tschüss. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.